Wo geholfen wird, fallen die Späne und wo geschaffen wird, passieren auch Fehler. So gibt es praktisch keinen Neubau ohne Baumängel. Wie es mit der Verjährungsfrist aussieht, dazu Giorgio Gianni. Verjährungsfristen laufen nach fünf Jahren ab Werkabnahme. Wir haben aber auch noch andere Fristen, zum Beispiel für die Zwei-Jahres-Garantiefrist. Das ist eine Frist für sichtbare Mängel und die nächsten drei Jahre bis zur Verjährung noch drei Jahre. Es gibt natürlich viele Mängel, aber wir unterscheiden unter wesentliche Mängel und unwesentliche Mängel. Wesentliche Mängel sind ästhetische Mängel, zum Beispiel ein kleiner Kratzer in einem Parkett oder eine Wand, die nicht optimal gestrichen ist. Wesentliche Mängel sind zum Beispiel, wenn ich nicht duschen kann, wenn ich kein warmes und kaltes Wasser habe. Oder wenn der Parkett noch nicht drin ist und ich nicht zügeln kann. Oder das Wasser kommt nicht richtig aus dem Wasserhahn. Oder ich habe Feisten, die total undicht sind und einfach nicht drin wohnen. Also wesentliche Mängel kann ich nicht drin wohnen, unwesentliche Mängel ästhetische Mängel. Auf was sollte man als Laie achten, wenn man sein Objekt abnimmt? Das Problem ist, dass ein Laie schaut einfach nicht immer dorthin, wo er eigentlich sollte. Also ich als Bauexperte sage zum Beispiel, ich schaue immer die Feisten an. Haben diese Feister Kratzer? Also ab drei Meter zum Beispiel darf man keine Kratzer an einem Feister sehen. Oder wie sieht es aus mit den Blätten? Hat es dort Rissen in den Blätten? Oder die Möbel, zum Beispiel das Lavabo, ist dort ein Riss unter dem Lavabo, den man nicht sieht. Also das sind alles so klein verdeckte Mängel oder schon sichtbar, aber man schaut vielleicht nicht hin. Und sehr wichtig ist, eine Wohnung muss eben geputzt sein, als man gewisse Mängel auch sieht. Wenn es viele Mängel hat, kann man verlangen, dass die Übergabe vertagt wird und man sich weigert einzuziehen. Also eine Übergabe kann nur vertagt werden, wenn man wirklich nicht drin wohnen kann. Also das heisst, wenn ich nicht mein Bett herstellen kann, wenn ich nicht duschen kann, wenn ich nicht baden kann, wenn ich nicht kochen kann. Sobald ich aber drin leben kann, auch mit Mängeln, zum Beispiel eine Decke, die vielleicht runtertropft und unten einen Kübel herstellen kann, heisst das noch nicht, dass ich nicht einzügeln kann. Also wirklich, eine Wohnung muss wirklich nicht bewohnbar sein. Also zum Beispiel, wenn die Feister fehlen und einfach durchzieht im Winter, dann ist sie sicher nicht bewohnbar. Und ansonsten schon. Also.